Ich mache mir zwei Stück. Ich möchte noch ein paar Säden aufs. Dormig, Haus. Ist das ein Russisch? Ich verstehe nicht. Ich komme aus Polen, aber das ist wahrscheinlich nicht verstehe. Ja, das sind ähnliche Sprachen. Dormig. Was ist das? Was ist das? Ja. Maschina. Es gibt noch viele Maschina. Ich habe ihn schon mit. Ja? Ja. 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 Ja.